Herzlich willkommen zu TradingSpot, deinem Podcast für echte Einblicke in die Welt des Tradings. Informativ, authentisch und immer am Puls der Märkte. Schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen zu TradingSpot, dem Podcast der Trade Neon Academy. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid und möchten heute mit euch über das Thema Frauen an den Trading Desk sprechen. Und wer würde sich da besser zu als Gesprächspartnerin anbieten als die liebe Marni? Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo Olli und vielen Dank dafür. Ich musste gerade sehr lachen, weil wir sprechen heute über Klischees Männer und Frauen gerade im Marketingbereich und wie ihr hoffentlich nicht auf die ganzen Feinreihen fallen solltet. Und wie ihr hört, ist Olli etwas krank gerade und ich finde es toll, dass er für extra für diesen Podcast seine Jokokka-Stimme rausgeholt hat. Ich finde, es geht eigentlich. Das ist so ein bisschen. Doch, ein bisschen finde ich. Aber das gibt dem Podcast, glaube ich, einen ganz guten Vibe. Ja, auf jeden Fall. Wir haben schon öfter darüber gesprochen in unserem Podcast, dass wir allein aus psychologischer Sicht der festen Überzeugung sind, und dass Frauen die besseren Trader sind. Und das ist auch irgendwo eine Sache. Ich meine, wir machen das jetzt mit der Börsenschule seit knapp vier Jahren. Und wir haben natürlich in dieser Zeit auch jede Menge Frauen in den Ausbildungen gehabt und ausgebildet. Und auch wir haben irgendwo die Beobachtung gemacht, dass Frauen da doch mit einer etwas anderen Einstellung an die Sache oftmals rangehen und auch dann in der Praxis weniger anfällig so für diese ganzen Rache-Themen sind. Ich räche mich jetzt am Markt, wenn er mich irgendwie ausgestoppt hat und so weniger anfällig für solche Dinge sind. Heute soll es uns aber mal um ein anderes Thema gehen. Gar nicht mal unbedingt so die Trading-spezifisch-psychologische Komponente, sondern eher das Thema Marketing. Wenn du so die Worte Börsenkurs für Frauen hörst, was löst das emotional in dir aus? Also vollkommene Aggression. Nee, ich bin gerade am überlegen. Ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, da auch nochmal ganz kurz drauf einzugehen. Weil du kannst jetzt immer sagen, ja, Frauen sind vielleicht die besseren Trader. Aber woran liegt es überhaupt? Und wir haben auf neurobiologischer Sicht kommen Männer und Frauen komplett gleich zur Welt. Wir haben vier neurobiologische Grundmotive, die uns antreiben. Und das ist das Streben nach Sicherheit, Streben nach Harmonie, nach Durchsetzung und nach Inspiration. Und dann kommt aber hinzu, dass wir natürlich in einer Familie aufwachsen, in einer Kultur aufwachsen und Männer und Frauen, ich denke mal auch gerade in unserer Generation noch, anders aufwachsen. Frauen spielen dann eher mit Barbies. Die Jungs haben ihre kleinen Matchbox-Autos, mit denen sie dann hin und her kurven. Ich denke, in der jetzigen Generation ist es auch schon ein bisschen anders. Das bedeutet, sich in gewissen Dingen durchsetzen zu wollen, ist halt etwas, was klischeebehaftet ist und was eher Männern sozusagen durch die Kultur und durch das Umfeld mit in die Wege geleitet werden. Als Mann darf man nicht weinen, etc. pp. Also geht es halt oftmals darum, sich irgendwie durchzusetzen. So. Und dann ist natürlich dieses Muster vielleicht etwas übersteuert, wenn sie ins Trading gehen. Bei Frauen ist es so, dass sich weniger Frauen überhaupt trauen, dieses Trading-Thema überhaupt anzugehen, weil sie wiederum durch das Umfeld anders sozialisiert sind. Und zwar, dass sie eher in Selbstzweifel gehen, ob sie überhaupt in der Lage sind, das Trading zu erlernen. Und dann ist es halt wiederum so, dass wenn die Frauen sich erstmal trauen, diesen Schritt zu gehen, sich mit dem Trading und mit diesem Thema auseinanderzusetzen, dass sie weniger von diesen Mustern gesellschaftlich in sich tragen, sich am Markt überhaupt rächen zu wollen. Obwohl wir, wie gesagt, neurobiologisch sind wir komplett gleich. Die Sache ist halt einfach nur, dass wir natürlich von unserer Umwelt und von den Mustern geprägt werden, aber es zur Tat auch wichtig ist, diese Muster zu erkennen und damit halt irgendwie umzugehen. Ich denke, warum du das einsprichst, dass Frauen in Anführungsstrichen die besseren Trader sind, ist auch irgendwie gerade auch eine Ermutigung dazu, dass sich auch mehr Frauen überhaupt trauen sollten, ins Trading zu gehen. Unbedingt. Und das ist halt sozusagen der Kontext dahinter. Aber wo ich eigentlich noch heute abbiegen wollte, geht noch ein bisschen weiter zurück. Gehen wir mal zurück in den Zweiten Weltkrieg. Und zwar... Okay, okay. Hannah Tobak heute? Ja, nee. Aber es geht ja einfach darum, dieses Symbol, Rosie the Riveter, wer das eigentlich sich überlegt, sie so zu nennen, das klingt ein bisschen für mich so wie Jack the Ripper. Nur Rosie the Riveter. Ja. Aber das ist auf jeden Fall sehr amerikanisch, weil sonst niemand würde Rosie the Riveter sonst so erfinden. Ich finde auch Bluetooth ist auch ein richtig schlimmes Wort für Deutsche. Ja. Ja. Ja, egal. Also Rosie the Riveter ist halt ein Symbol im Zweiten Weltkrieg gewesen. Das ist die Frau mit dem geflexten Arm und diesem roten Tuch um den Kopf gebunden. Das ist sozusagen das erste Frauen-Empowerment, Frauen dazu zu bewegen, in die Arbeitswelt einzutreten. Letztendlich war es nur Staatsmarketing, um die Frauen dazu animieren, die Kassen wieder zu föhnen, weil die meisten Männer ja im Krieg waren. Und nach dem Krieg sind die Frauen wieder in die alten Rollen zurückgedrängt worden. Und anhand dieses Beispiels sieht man halt auch einfach, was Marketing machen kann in den Köpfen der Menschen. Das ist halt, wenn du weißt, wie die Neurobiologie funktioniert, kannst du die Leute immer wieder als Spielball benutzen und missbrauchen für das, was du halt gerne, wo du sie gerne hinhaben möchtest. Und deswegen, um den Kreis zu schießen, werde ich aggressiv, wenn es heißt, wir machen Börse für Frauen oder wir machen Trading für Frauen. Was ist jetzt das Besondere irgendwie an Frauen? Das Einzige ist halt einfach, dass sie versuchen auszunutzen, dass die Unsicherheiten, mit denen Frauen eher im gesellschaftlichen Kontext sozusagen groß gewachsen sind, auszunutzen. Und dir Kurse für ETFs oder was weiß ich zu verkaufen für 3.000, 4.000 Euro, obwohl du die ganzen Informationen umsonst im Internet auch bekommen würdest. Aber es geht halt einfach nur darum, dass die Unsicherheiten bei Frauen gerne ausgenutzt werden, während bei Männern eher dieses, ich fahre einen Lamborghini und setze mich durch, Bilder ausgenutzt werden. Ich habe aber auch das Gefühl, dass das in den letzten Jahren stark zugenommen hat. Also ich glaube, so in der Zeit, als ich selbst damit angefangen habe, so Anfang, Mitte der 2010er, war das wirklich immer noch so eine krass reine Männerdomäne. Also wirklich gerade, was du angesprochen hast, so dieses, dieses Lamborghini-Ding, klar, das gibt es heute immer noch zu, zu, zu Haufe, wissen wir alle. Aber irgendwann kam man so diese ersten, diese ersten Kurse explizit von Frauen für Frauen, wo ich damals schon immer so dachte, Okay, vielleicht ist es für Frauen einfacher oder angenehmer, sich untereinander in so einer Frauenclicke zu sozialisieren und darüber zu sprechen. Vielleicht ist es irgendwie weniger schwierig, unter Frauen über die Thematik zu sprechen, als mit Männern. Ich habe keine Ahnung, ich will mich da jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, um Gottes Willen. Aber irgendwann gingen dann schon so die roten Ausrufezeichen los über dem Kopf, als es, als dann so diese ersten, was du gerade gesagt hast, diese ersten ETF-Kurse rauskamen, so in dem Preisbereich zwischen 4.000 und 8.000 Euro, wo ich dachte so, wow, das ist jetzt brutale Abzocke. Nicht mehr und nicht weniger. Also das ist, das ist jetzt, das ist, das sind einfach Informationen, die sind so rudimentär. Und das ist, das ganze Thema ETFs ist eigentlich so unglaublich simpel. Ich meine, wir haben ja auch einen ETF-Kurs, wir verkaufen den für 150 Euro. Und da ist alles drin, was man über ETFs wissen muss. Und ich sage den Leuten aber auch ganz ehrlich, das sind, das sind keine, das sind keine Informationen, die ihr auch nicht kostenlos im Internet bekommen würdet auf, auf diversen YouTube-Kanälen. Es ist da nur einfach irgendwie ein schönes gesammeltes Sammelsurium irgendwie, du guckst einmal den Kurs und dann hast du irgendwie alles am Stück und dann weißt du alles. Aber das sind einfach Dinge, die sind, die sind kein Hexenwerk. Und ich weiß nicht, warum das trotzdem funktioniert, dass das Leute so viel Geld dann für so einen, für so einen Kurs ausgeben, für Informationen, die es ganz klar in dieser monetären Höhe nicht wert sind. Ja, es geht aber auch gar nicht nur, es geht nicht nur um ETFs. Ich habe schon, ich habe den Fehler gemacht, beziehungsweise aus Recherchezwecken, habe ich natürlich auf Instagram immer schön jetzt abgespeichert, wenn mir irgendwelche Business und Finanzen für Frauen angezeigt worden sind. Und ich bin in einer Rabbit Hole abgetaucht, ich bin nie wieder rausgekommen. Aber ich finde es halt mordsmäßig spannend, was da angespielt wird. Und die Sache, die du jetzt gerade beschreibst, Massenmarketing, wenn du viele Kurse verkaufen willst, dann musst du auf Masse gehen. Und es gibt da auch, und es ist problematisch, wenn wir hier über Klischees sprechen, und dass ich jetzt hier gerade selber Klischees halt raushole, weil sie allerdings so im Marketing genutzt werden. Und zwar, bei Frauen wird gerne dieses Harmonie- und Geborgenheitsmotiv gespielt. Frauen haben halt auch eher naturbedingt etwas mehr Oxytocin im Cocktail, sagen wir beim neurobiologischen Cocktail. Wenn Frauen Mütter werden, wird Oxytocin ausgeschüttet. Das ist sozusagen eher so etwas Zugänglicheres für Frauen. Also kannst du natürlich immer sagen, wir sind hier eine Frauen-Community, und wir halten hier komplett zusammen, und es ist ja alles hier harmonisch, es ist alles gut. Damit sprichst du halt so ein Grundbedürfnis von Frauen an, die das eher im Cocktail haben als Männer. Männer sind auf der gegenüberliegenden Achse wieder eher mit diesen Durchsetzungen und Führungen eher veranlagt. Männer haben ja auch neurobiologisch einfach oder hormonell gesehen einfach auch mehr Testosteron. So. Was Spannende ist jetzt allerdings, dass Frauenmarketing ausgenutzt wird in der Form wie ein Wir-Gefühl. Also wenn sie in dem Kontext sind, wollen sie denn dazugehören. Und wenn sie das aber in dem Kontext nicht, den Erfolg nicht erreichen, sind sie auch wiederum schuld da dran, weil sie ja auch leider nicht dazugehören. Sie gehören ja leider nicht zu dem erlesenen Kreis. Bei Männern ist es noch ein bisschen anders, weil sie, wenn du dich nicht sozusagen am Markt behaupten kannst, dann bist du nicht stark genug. So, und das ist total, wenn man erstmal diese Mechanismen verstanden hat, finde ich das total spannend, aus unter diesem Aspekt halt diese Instagram-Werbung zu sehen. und ich stelle dir jetzt mal drei Frauentypen vor, die ich jetzt halt herausgefunden habe und dann gucken wir uns mal an, was bei den Männern so los ist. Also, wir haben als erstes im Marketing die Mutter. Ja? Sehr gern genommen. Oh ja. Die Mutter. Das heißt, es werden erstmal dann die Kinder und der fröhliche Mann vor die Kamera geschoben und dann wird erstmal, und das habe ich jetzt wirklich in einigen Werbefilmen dann irgendwie gesehen, wo dann einfach so gesprochen wird sie, ja, und ich hatte eigentlich keine Ahnung, aber dann habe ich dieses Buch gelesen und dann wurde mir eins klar, ich muss überhaupt keine Angst vor diesem Thema haben und jetzt kann ich mein harmonisches Leben leben und dann werden halt Frauen eingeblendet, die Champagner miteinander trinken und dann werden Frauen eingeblendet, die sich die ganze Zeit auch grinsen. Ich frage mich die ganze Zeit, ich habe mal, wie ihr wisst, haben Olli und ich auch als Musiker gearbeitet und ich habe Weihnachten am Frankfurter Flughafen als Engel gesungen und wir wurden natürlich auch immer als Fotomotiv gerne, als Weihnachtskarte sozusagen genötigt. Ich habe nach einer halben Stunde Grinsen einfach den derbsten Muskelkater bekommen meines Lebens. Ich frage mich halt, wie die Frauen das in diesem Werbefilm überhaupt durchgehalten haben. Das ist halt die Mutter, die bespielt halt dieses Harmonie- und Geborgenheit-Feld. Und alle von diesen Typen, die ich jetzt aufzählen werde, nutzen aber das Feld der Sicherheit, um sozusagen die Hemmschwelle zu reduzieren, wirklich den Coaster bei dir zu kaufen. Zu sagen, ja, ich habe ja einfach nur ein Buch gelesen und jetzt kann ich Aktien investieren und jetzt habe ich 20.000, 30.000 Euro und ich habe jetzt dieses Haus und dann wird der Pool gezeigt und das eine Kind springt in den Pool und Seifenblasen fliegen und dann merkst du so, okay, alles klar, sie sprechen das Bedürfnis nach Harmonie und Geborgenheit an und schieben die immer so runter, ach, das ist total sicher und das ist total einfach. Und im Wir, und das ist das, was ich vielleicht vorher nicht so klar ausgedrückt habe, und wir in der Frauengemeinschaft, Oxytocin, können es gemeinsam erreichen. So, und jetzt haben wir noch, also wir haben die Mutter und jetzt, oh ja, auch ganz gern genommen, die Geschäftsfrau. Was, wie würdest du jetzt so die Geschäftsfrau vorstellen? Wie würde die auf Instagram inszeniert werden? Ich habe, ich habe alles, ich habe alles gesehen. Ja, auf jeden Fall, Hosenanzug. Hosenanzug, ja, klar. Welche Farbe? Schwarz. Okay. Welche Haarfarbe? Schwarz. Ja. Ganz klar. Ohne Witz, es sind immer die Frauen, die schwarz oder dunkel gefärbte Haare haben und dann, und die Sprache von, von diesen Werbetreibenden ist auch nicht dieses Harmoniebedürftigste, sondern es ist schwarz und welche, welche Farbe würdest du denn halt so jetzt für Durchsetzung nochmal mit reinschmeißen? So Marketing, Branding mäßig. Roten Lippenstift. Richtig. Es ist immer schwarz, weiß, rot oder wenn es ein bisschen femininer sein soll, es ist halt so, es ist halt, das Schwarz wird weggelassen, es ist eher so ein Intense Pink, aber es ist halt, es ist halt so geil und die, die Sprache ist anders. Hier ist der Schritt-für-Schritt-Plan, du willst erfolgreich sein. Ich habe aus einer Mark und die eine Mark habe ich noch nicht mal, die habe ich, die war noch nicht mal meine, die habe ich gefunden mit meinen Adleraugen, weil ich halt so eine dominante, coole Frau bin und aus diesen ein Euro oder aus dieser eine Mark ist, egal was ich sage, ich habe auf jeden Fall fünf Millionen gemacht. Fünf Millionen, wenn du diese Schritt-an-Schritt-Anleitung, aber du musst auch meine Kurse kaufen von A bis Z, weil wenn du es nicht durchziehst, hast du den Schritt-für-Schritt-Plan nicht verstanden. Aber wenn du stark genug bist als Frau, dann bist du der CEO von morgen. Willst du das oder willst du das nicht, entscheide dich jetzt. Das ist so geil, weil das nicht liebe ist. Und die dritte Kategorie ist, achso, genau, und wieder wird das Motivfeld Sicherheit missbraucht, weil sie sagen in dem Moment, wenn du dich Schritt-für-Schritt-Daran hältst, ist es eine Garantie, dass du aus diesem einen Euro eine Million machst. Nummer drei, die Spirituelle. Bei der Liebsten. Und wie würdest du dir so auf Instagram die Spirituellen vorstellen und was sagen die so? Ja, auf jeden Fall erst mal Bali, Sonnenuntergang im Hintergrund. Was macht sie während das Leben? Yoga natürlich. Ja, richtig. Ganz klar. Was trägt sie? Oder wie? Lockere Leinenklamotten, Stirnband, Haarband. Oh, ich habe aber auch andere gesehen, weil ich ja auch immer so, also jetzt eher so wie mein buntes Kleid jetzt hier so und dann drehen sie sich so im Sonnenuntergang. Mach ich auch jeden Abend. Und die sprechen aber ganz anders, die sind immer sehr, sehr weich und sagen, wenn der Glaube Berge bewegen kann, warum kann dein Gedanke nicht dich auch bewegen? Das war falsches Deutsch. Genauso, wie sie gesagt hat, verdammt. Okay, wir machen nochmal einen Cut. Der Glaube kann Berge versetzen. Dein Gedanke kann dich bewegen. Da, wo du hin möchtest. Du musst es einfach nur manifestieren. Du musst nichts dafür tun. Das ist eine Garantie. Und wenn du aber leider nicht in der Lage bist, dieses Mindset aufzubauen und in dieser Hülle und Fülle zu leben, das zu manifestieren, den Mann, den du immer haben möchtest, das Sixpack, das du immer haben wolltest, die Stofftiersammlung, die du immer haben wolltest, dann bist du leider daran schuld. Aber wenn du mir dein Geld gibst und in den Sonnenuntergang schaust, dann ist es eigentlich eine Garantie dafür, dass du es manifestierst und dass alles in dein Leben kommt, was du dir wünschst. Traum. Ich wäre so voll dabei. Ja, ich auch. Sag es doch mal und ich jubihe jetzt mein Geld. Aber das ist auch so ganz geil. Und er wird halt auch immer wieder mit der Sicherheit sozusagen gespielt. Mit allen drei Motiven haben wir es immer aufgezählt. Wir hatten die Harmonie, wir haben die Durchsetzung gehabt mit der Geschäftsfrau, wir hatten jetzt die Inspiration und Leichtigkeit. Und alles wird eigentlich mit diesem Sicherheitsgefühl gefüttert, damit sie sich auf die anderen Dinge halt einlassen. Und wenn diese Garantie aber nicht klappt, dann bist du schuld. Dann warst du nicht spirituell genug, dann warst du nicht durchsetzungsfähig genug oder dann warst du nicht genug im Wir es gemeinsam zu erreichen. Dann bist du kein Teamplayer. Und das finde ich so geil, weil auf der anderen Seite macht das Marketing das Gleiche mit den Männern. Es wird Sicherheit vorgegaukelt und auch drei Typen im Prinzip kreiert. Jetzt würde ich dich mal gerne fragen, was wäre denn so für, oder soll ich mal drei reinschmeißen, die ich so rausgefunden habe? Schmeiß mal einen rein. Der Kämpfer. Ey. Soll ich was zum Kämpfer sagen? Warum guckst du mich jetzt so? Warum guckst du mich jetzt so mit Großem? Ey, komm, wir sind jetzt hier im Frauen-Männer-Klischee-Podcast. Natürlich musst du jetzt hier was sagen. Ich rede hier schon die ganze Zeit. Ja, ja, also der Kämpfer ist natürlich so eins der am häufigsten, glaube ich, gesehenen Werbebilder im Trading-Bereich. So ein bisschen Trading als überhaupt, Trading als Schlacht, als Kampf, Krieg gegen den Markt und du bist mittendrin als Elite-Soldat. Wenn du natürlich die entsprechende Ausbildung hinter dir hast. Muskulöse Männer mit riesen Six-Packs oder in entsprechenden Anzügen. Also ja, auch bei Männern gibt es natürlich diese ganz klassischen Klischee-Bilder. Einmal so den Kämpfer, wie du sagst, dann sehe ich natürlich da noch den klassischen Sylt-Typen mit... Den Sylt-Typen! Nichts gegen Sylt-Typen, Sylt ist super. Wir werden jetzt einige Podcast-Hörer verlieren. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ihr uns bis hierhin verkleidet habt. Es tut uns leid. Was sind denn Sylt-Typen für dich? Naja, eher die Legeren. Weißt du, eher die Sonnenuntergangs-Beach-Club-Typen. Ah, okay. Aber die haben einen anderen Vibe. So gekleidet wie so ein moderner Moderator, irgendwie Fernsehmoderator. Also auf jeden Fall die weißesten Sneaker, die du je gesehen hast. Dann Stoffhose, Sakko und ein weißes T-Shirt und dann Sakko. Ja, aber ich erinnere mich, das immer klar zu kriegen. Also ich finde, den Kämpfer hast du auch schon... Also ich denke jetzt ja wieder in Instagram-Marketing-Bildern. Also würde ich unterschreiben, so der Kämpfer. Und wenn du es nicht schaffst, dann bist du nicht stark genug. So, dann, ich bin gerade am überlegen, weil ich habe jetzt hier noch zwei Typen mitgebracht ins Pendant für die Männer. Also der Kämpfer ist natürlich wieder Durchsetzungsfeld. Und wenn du es nicht schaffst, bist du zu schwach. Und eigentlich musst du ja stark genug sein. Das ist eigentlich die Sicherheit, weil du kannst das aus eigener Kraft schaffen. Du bist ja ein Mann. Ich finde noch als Pendant zur Mutter der Versorger. Der ist halt auch super. Da werden halt auch immer die Kinder und Frauen vor die Kamera gezogen. Und die Kinder werden huckepack geführt. Und das finde ich halt auch ganz spannend. Und der Abenteurer. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Also wir müssen den Sylt-Typen gleich noch einladen. Aber vielleicht geht das so ein bisschen in die Richtung von dem Sylt-Typen. Weil der Abenteurer ist genau das, worauf ich vielleicht eigentlich mit dem Sylt-Typen so ein bisschen hinaus wollte. So dieser Globetrotter. Ich glaube bei Männern, also klar, es gibt natürlich die Jungs, die sich irgendwie von diesem Testosteron-Ding maximal ansprechen lassen. Aber ich glaube eher bei den meisten Männern ist es so dieser ultimative Freiheitsgedanke. Ich kann hin, wo ich will. Ich kann da machen, was ich will. Und das machst du mit weißen Sneakern? Meine Sneaker sind immer relativ schnell dreckig. Aber wenn ich könnte, hätte ich auch immer weiße Sneaker. Entschuldige, ich habe mich unterbrochen. Nein, aber genau, also dieser Freiheitsgedanke. Also dieses, ich kann tun und lassen, was ich will. Und ich kann jeden Monat woanders leben. Und mein Leben frei gestalten. Und es ist ja auch irgendwo ein netter Gedanke, sicherlich. Aber natürlich sehen wir das jetzt alles immer in dieser Folge aus der Marketingbrille und wollen euch da einfach ein bisschen auf diese gängigen Tricks, nenne ich es jetzt mal, aufmerksam machen. Dass man einfach so ein bisschen Awareness dafür entwickelt, was eigentlich so in der Tradingbranche genutzt wird, abgeht und was es für eine Wirkung letzten Endes auf die Leute hat. Ja klar. Und sagen bleiben wir mal bei dem Abenteurer, den du jetzt als Typen bezeichnet hattest. Ich denke, das geht dann dort auch so ein bisschen, auch dieses Erwachsene-Abenteuer. Du kannst jetzt nicht, weißt du, ich habe jetzt auch keinen Piraten als Trading-Coach gesehen. Du kannst jetzt nicht mit einem Piratenkostüm und einem Vogel auf der Schulter irgendwie vor die Kamera springen und sagen, jetzt holen wir den Schatz. Also, ich meine, obwohl, wenn wir mal eine Wirkung scheitern. Würde mich, glaube ich, würde mich, glaube ich, ketschen. Ähnlich sag mich auch, ey. Und, oh Gott, ja, ich versuche aus dem Film auszusteigen, weil in meinem inneren Auge sehe ich schon einfach eine Möwe, die so im Ton von, wie heißt dieser eine Peter, Peter, Dings, ein ganz bekannter Sprecher, der immer, nennen wir aber Peter, der bekannte Sprecher. Das Auto oder welchen Sprecher, den ich kenne. Na gut, nennen wir den Das Auto Sprecher. Ja, genau, und das ist aber eine Möwe, die das alles so ein bisschen vertont, die es aus der Perspektive sieht, wie sie den Piraten beobachtet, der jetzt gerade richtig hart am Traden ist und das ganze Gold bekommen hat. Was ich sagen will, ist dieses, genau, der Abenteurer. Und das spielt natürlich wieder Inspiration und Leichtigkeit an. Wir haben den Kämpfer, der Durchsetzung und Einfluss einspielt. Und wir haben natürlich den Versorger, der sozusagen damit gespielt wird, dass du deine Familie versorgen kannst, also in euren Bodenständigkeit. So, und das ist alles, wir haben diese Grundmotive und das ist alles richtig, dass wir diese haben. Aber die Frage ist halt, musst du bei den Werbetreibern dich einfach fragen, spielen sie gerade mit deinen Sehnsüchten und wollen dir sozusagen Emotionen verkaufen oder verkaufen sie dir Wissen? Die Sache ist, wir brauchen alle, wir sind alle ein Stück weit irgendwie Kämpfer, Versorger, Abenteurer, ein bisschen Pirat und alles Mögliche. Und das ist auch alles total richtig. Das Problem ist halt nur, dass Marketing darauf abzielt, dass du gerade in einer Situation bist, in der es dir nicht gut geht. Und dann hast du Sehnsüchte nach genau diesen Feldern und da wird dir sozusagen die Pille gegen deinen Mangel versprochen. Und das kommt in der Sicherheitsgarantie. Und da werden dann die Leute reingezogen in Massenveranstaltungen. Ich finde es auch immer so geil, wenn es dann heißt, ja, dann rede ich vor 2000, ich bin jetzt wieder gerade, falls jemand sich fragt, ich bin jetzt gerade wieder in dem Geschäftsfrau-Modus. Du hast jetzt den schwarzen Hosen an. Ich habe den schwarzen Hosenanzug jetzt gerade an und trage einen roten Lippenstift und blinzel auch nicht, während ich in die Kamera spreche. Ich stehe morgens auf und habe 2000 Leute vor mir, schon beim Zähneputzen. Ich bin die erfolgreichste Geschäftsfrau 2024. Auch du kannst es schaffen. Wo ich denke, was zur Hölle hast du im Hosenanzug mit mir zu tun? Was sagt das über mich aus? Was sagt das über deinen Kurs aus? Nur, dass du ihn gut verkaufen kannst, was halt vielleicht gut ist. Aber die Frage ist halt immer, die brüsten sich denn mit ihren Erfolgen oder zerren halt irgendwelche Freundinnen vor die Kamera, die wieder grinsen müssen, bis sie einen Krampf im Gesicht kriegen. Und ich frage mich immer, wo ist der Inhalt? Um was geht es? Und der Inhalt ist meistens da total simpel. Ich habe dieses Buch gelesen, jetzt habe ich es verstanden. Ich habe diesen Schritt-für-Schritt-Plan, das habe ich es verstanden. Nutze die KI, nutze HPT, weil die Märkte sind alle mit Computern übersät und ich weiß ganz genau, wie es funktioniert. Nee, sorry. Das ist halt, das ist halt einfach die einfache Lösung. Und wir müssen alle, wenn wir etwas Neues erlernen wollen, ist das Erste, was wir brauchen, Interesse. Dranzubleiben und was ihr auch in dem Unternehmer-Mindset-Podcast besprochen habt, Etappenziele zu haben, größere Ziele zu haben. Aber das geht alles mit weniger Glitzer und Lametta. Also es ist doch alles irgendwie, es ist doch wichtig, dass es uns jetzt gut geht und wir aufbauend auf dem unsere Zukunft bauen. Dafür müssen wir das jetzt akzeptieren, im Jetzt einigermaßen glücklich sein oder mit, wo wir nicht glücklich sind, Strategien haben, wie wir es halt ändern können. Und uns unsere Träume verwirklichen und erfüllen durch, sorry, durch Fleiß. Und das ist halt leider nicht, das ist halt leider manchmal nicht bunt. Das kann grau sein wie eine Rauchfasertapete manchmal und sehr anstrengend. Vielleicht mal an dieser Stelle ein kleiner Einwurf zu diesem Thema, was du gerade gesagt hast, dass viele ja immer damit werben, wir machen, wir sind hier eine riesen Community und ich spreche, ich spreche regelmäßig vor 50.000 Leuten und wir sind die größte Börsenschule Europas. Und ich frage mich an der Stelle immer, warum so viele Leute damit werben, weil was ihr euch als Endkunden dann fragen müsstet, sind zwei Dinge. Punkt Nummer eins, wo sind denn die ganzen Börsenmillionäre, die ihr in abertausenden Scharen ausgebildet habt? Punkt Nummer zwei, wem nützt das letzten Endes was? Nützt das wirklich euch was, dass ihr in der größten Börsenschule Community Europas seid, wo ihr einer von abertausenden seid? Oder nützt das letzten Endes dem Coach, dem Ausbildungsstätte, was die höchstwahrscheinlich sehr, sehr, sehr viel Geld an Ausbildungen verdient haben? Sollte es nicht eher in eurem Interesse sein, irgendwo in einer Ausbildungsstätte zu landen, bei wem auch immer, wo man euch kennt, wo ihr nicht einfach nur Nummer 3789 seid, sondern wo man irgendwie weiß, wer ihr seid, wo ihr steht und wie man euch weiterhelfen kann? Also das vielleicht nur mal so als kleinen Einwurf an dieser Stelle. Vielleicht mal so, oder wolltest du dazu noch was sagen? Ja, ich jetzt, aber hoffentlich erinnere ich das nochmal, viele Menschen, viele Menschen, viele Menschen in Börsenkursen. Achso, ja, sich selbst auch zu hinterfragen, will ich das jetzt gerade? Ja, glaube ich jetzt, ich muss diesen Coach oder diese Ausbildung jetzt vertrauen, weil sie mit Superlativen um sich schmeißen, weil das sich nämlich auch auf Social Media so eingebürgert hat, dass man irgendwie nur dem Vertrauen schenkt, was das Maximum ist. Damals auch als Musiker wurde, ich hätte immer wieder gefragt, ja, und was ist mit DSDS? Was ist mit Dingen? Also es gibt immer eine Vorstellung davon, eure eigenen Vorstellungen zu hinterfragen, was ist jetzt eigentlich, was möchte ich eigentlich lernen, wer kann es mir und wer kann es mir beibringen? Das muss jetzt gar nicht im Börsenkontext sein, also das geht in allen Kontexten. Und was ich jetzt einfach oftmals erlebt habe, ist, dass das, was am lautesten ist, einfach massentauglich ist. Das heißt, es muss halt die Masse ansprechen, das kann nicht in die Tiefe gehen. Ja, vielleicht mal so abschließend rein objektiv aus meiner Erfahrung und aus meiner Sicht als Börsencoach. Unabhängig davon, ob ich jetzt ein Mann bin oder eine Frau oder ein Cis-Delfin. Bist du wieder im Piratenmodus? Ja, ja, ich bin im Piratenmodus. Ich finde es bei uns sehr, sehr schön zu sehen und sehr, sehr wichtig, dass wir sowohl Männer als auch Frauen in der Community haben. Denn es ist de facto so, dass Frauen anders denken und anders an die Sache herangehen als Männer. Und meiner Erfahrung nach können beide sehr, sehr stark voneinander profitieren tatsächlich auch. Einfach nur so meine reine Beobachtung. Frauen stellen andere Fragen als Männer. Frauen gucken oftmals die Kurse sorgfältiger und Frauen stellen oftmals Fragen, wo ich sogar denke, oh, das ist total sinnvoll, das hätte ich im Kurs so erklären müssen. Da bist du selber betriebsblind gewesen und bist da nicht näher auf den Punkt drauf eingegangen. Das war aber total wichtig, dass ich darauf eingehe und dass das erklärt wird. Während Männer häufigerweise solche Fragen nicht stellen, weil sie Angst haben, irgendwie negativ aufzufallen oder sich schämen müssten, um dann nicht der Alpha, ihr wisst, wir lieben dieses Alpha-Thema. Ja, ja, aber genau da sind wir wieder bei dieser Oxytocin-Testosteron-Achse, weil es leider gesellschaftlich dann doch eher immer so ist, dass der Mann halt stark sein muss, während Frauen ja auch mal weinen dürfen. Das hat jetzt in dem Kontext was damit zu tun, zu wirklich zu sagen, oh, ist da irgendetwas, was ich jetzt gerade nicht verstehe oder ich stelle die Fragen. Also das ist auch oftmals, Scham spielt viel, eine große Rolle, auch bei Frauen. Es ist egal, wir sind Menschen, es ist egal, wer wir sind, wie wir heißen, grün, blau, gelb, schwarz gestreift, keine Ahnung, also wir sind denn doch irgendwie gleich. Aber das Motiv ist halt oftmals genau das, also die grundlegende Emotion, stressende Emotion ist oftmals die gleiche, nur Männer und Frauen haben andere Strategien entwickelt, dadurch, dass die Gesellschaft natürlich auch auf uns einwirkt. Das beschreibt es eigentlich ganz gut, was du jetzt gerade gesagt hast, dass Männer sich vielleicht manchmal auch nicht so Frauen trauen, Fragen zu stellen, weil sie Angst haben, vielleicht schwach zu wirken und Frauen auch. Also es ist nur, es ist nur anders, es ist nur anders motiviert. Ich weiß gar nicht, ob ich mich jetzt gerade hier komplett verrannt habe. Nein, nein, ich verstehe schon, was du meinst. Um den Gedanken nochmal zu Ende bringen, auf der anderen Seite ist es tatsächlich oftmals so, dass Frauen sich, gerade wenn sie noch so im Theorie-Teil sind, den Kurs gucken, Frauen lassen sich schneller verunsichern und kommen an einen Punkt, wo sie nicht aufgeben, das will ich gar nicht sagen, aber wo sie so ein bisschen sich zurückziehen. Und da wiederum sehe ich, dass es ein Vorteil ist, dass wir halt eine gemischte Community haben, wo dann wiederum die Männer so ein bisschen die Frauen mitziehen und mit motivieren in diesem Moment. Also ich finde, rein objektiv ergänzt sich das total super und ich finde es wichtig und ich finde es klasse, dass wir da so eine tolle gemischte Community sind und auch durchaus, klar, auch bei uns ist es so, der Trading ist halt leider nach wie vor eine Männerdomäne und auch bei uns überwiegt natürlich der Männeranteil ganz klar. Aber wir haben auch echt viele superfitte, tolle Mädels bei uns in der Ausbildung, die sich mega gut mit einbringen und die einfach einen unfassbaren Mehrwert mit reinbringen, den ich als Coach nicht missen wollen würde. Was ich auch sehr spannend finde, ich habe damit dieses Jahr angefangen. Wir hatten ja unseren Minecraft Lab oder Minecraft Monday, da habe ich Übungen reingestellt, einfach zum Resilienztraining im Allgemeinen, bin jetzt gerade tatsächlich komplett mit meiner Ausbildung durch und möchte jetzt auch wieder Inhalte schaffen. Es war ein sehr, sehr lehrreiches, intensives Arbeitsjahr für mich, deswegen habe ich es nicht geschafft. Aber was ich in diesen Übungen festgestellt habe, ist, dass es total schön war, als dann die Community, die ja aus Männern und Frauen besteht, sich einfach dem geöffnet hat und auch wirklich gesagt hat, oh, ich fühle mich da gestresst oder da geht es mir nicht gut, hier in dem Moment habe ich Angst verspürt, auch über diese ganzen unangenehmen Emotionen überhaupt zu sprechen. Und das hatte ich das Gefühl, dass es bei uns in der Community wirklich so ist, dass da keiner diese Hemmung hat, das genau anzusprechen. Und dass da Raum genau dafür ist, nicht nur die Stärken immer zu zeigen, sondern es geht ganz oft, wir sind biopsychosoziale Wesen und wir tragen alle Emotionen in uns und diese ganzen Emotionen bewegen uns halt auch. Emotion ist unsere Handlungsenergie und das sollte immer Platz haben. Und das ist natürlich schön, weil es ist nicht nur, finde ich es spannend, wenn Männer und Frauen sozusagen in der Community zusammenkommen, sondern was ich jetzt auch hier in Dubai sehr zu schätzen weiß, ist, wenn viele Kulturen zusammenkommen und wie du dann einfach merkst, die anderen Dynamiken, wo sie herkommen. Wir spielen leidenschaftlich Beachvolleyball und du hast alle Nationen dort, Männer und Frauen gleichermaßen und du merkst einfach, es ist irgendwie ein sehr spannender, anderer Vibe. Jeder bringt irgendwie was anderes mit. Und trotzdem finde ich diesen Gedanken oder auch dieses Gefühl total romantisch und schön, egal wo du von der Welt herkommst. Es gibt viel mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Und ich finde, das wäre für mich jetzt so ein abschließendes Wort zu sagen, wir haben viel mehr Gemeinsam, als dass wir Unterschiede haben. Und wir sollten aufhören, uns ständig zu separieren in Männer, Frauen, wo wir herkommen, was wir sind, woran wir glauben, woran wir nicht glauben. Sondern wenn wir uns wirklich verstehen, können wir so sehr voneinander profitieren. Und dieser Raum sollte gegeben sein. Und das geht nur mit ehrlichem Austausch und mit einer Akzeptanz von sich selbst und auch von dem einen Respekt und Akzeptanz dem anderen gegenüber. Besser kann ich es nicht ausdrücken. So würde ich das mal stehen lassen als Schlusswort. Könnten wir dir noch so gucken, mal über die Kamera. Jetzt lächle einmal ganz kurz. Fantastisch. Ich werde dir noch mal eine Augenklappe reinanimieren. Oh, nicht der Pirat. In diesem Sinne. Wir hoffen, wir konnten euch mit der Folge ein bisschen zum Denken oder ein paar Überlegungen anregen. Wir hoffen, wir haben uns damit nicht zu sehr aus dem Fenster gelehnt. Es ist natürlich immer ein heikles Thema, gerade heutzutage. Das wissen wir. Das wissen wir auch. Aber wir wollten einfach mal ein bisschen unsere Meinungen, unsere Ansichten, aber auch unsere Beobachtungen aus dem eigenen Alltag mit einfließen lassen. Lasst euch nicht von irgendwelchen Marketingtricks catchen. und über den Tisch ziehen. Ich denke, das wisst ihr aber alle. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder zu einer neuen Folge. Bis dahin macht es gut, bleibt gesund, erfolgreiche Trades und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Bei Fragen, Themenvorschlägen oder bei Interesse an unseren Angeboten, besuche uns auf www.tradeneon-academy.com Tradeneon – Education and Software for Traders We TrinityIZZ ... EINET Celsius EINET Celsius ...